Was sind die Kardinäle? Kardinäle sind Geistliche, die sich der Papst dafür ausgewählt hat, dass sie ihn bei der Leitung der Gesamtkirche besonders unterstützen. Außerdem ist es so, dass die Kardinäle diejenigen sind, die den neuen Papst wählen, wenn der Alte gestorben oder zurückgetreten ist. Und weil die Kardinäle seit ein paar hundert Jahren immer einen aus ihren eigenen Reihen gewählt haben, kann man davon ausgehen, dass einer von diesen Männern, das sind ungefähr im Moment 200, auch der nächste Papst sein wird. Wer Kardinal wird, das entscheidet der Papst, und zwar so, wie er es für richtig hält. Er kann sich prinzipiell jeden Geistlichen dafür aussuchen. Ein Kardinal hat durch sein Amt eine besondere Nähe zum Papst, und das verschafft ihm schon mal viel Einfluss in der Kirche. Außerdem ist es so, dass viele Kardinäle in der Kurie, also in der römischen Zentralverwaltung der Kirche, arbeiten und dort dann so etwas wie die Minister des Papstes sind. Andere sind Diözesanbischöfe, leiten also die Kirche in einer bestimmten Region. Und da werden Kardinäle dann besonders solche Bischöfe, die auch als besonders wichtig gelten. Kynt man mit der Kirche in der Kirche sind. Vielen Dank.